Ja, ich wollte auf jeden Fall zurück nach Deutschland und VfL ist eine gute Adresse. Deswegen ist es eine einfache Entscheidung gewesen für mich, zum VfL Bochum zu wechseln. Ja, alles sehr gut, sehr gut strukturiert, viel Disziplin in der Mannschaft und die Mannschaft ist gut. Ich denke, wir haben spielerisch gutes Potenzial und ja, darauf können wir aufbauen. Ja, ich habe ja früher schon oft gegen Bochum gespielt in der Jugend und gegen Patrick Fabian habe ich immer gespielt, mit ihm zusammen in der Westfalen Auswahl und ich bin oft hier gewesen, im Ruhrpott generell. Also ich kenne den Verein, das ist nichts Neues für mich, jetzt sage ich mal. Ja, in England wird immer noch viel Kick und Rush gespielt, hauptsächlich auch in der zweiten Liga und ist sehr zweikampfbetontes Fußballspielen, aber wird auch mehr durchgelassen als in der zweiten Liga, was ich jetzt vom Fernsehen her sagen kann. Ja, und ist eine gute Mentalität auch in England, aber genau wie in Deutschland, aber das waren die gravierenden Unterschiede, sage ich mal, die Zweikampfhärte. Ja, als erstes mal verletzungsfrei bleiben, das ist ganz wichtig und dann versuchen, uns bestmöglich zu platzieren, eine gute Saison zu spielen und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt.